Abschnitt 9 von Märchen von Oscar Wilde Übersetzt von Wilhelm Krämer Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Fischer und seine Seele Teil 1 Jeden Abend fuhr der junge Fischer auf die See hinaus und warf seine Netze ins Wasser. Wenn der Wind vom Lande her wehte, fing er nichts oder so gut wie nichts, denn es war ein rauer Wind, der auf schwarzen Schwingen kam und wilde Wellen aufwühlte. Aber wenn der Wind auf die Küste wehte, dann stiegen die Fischer aus der Tiefe empor und schwammen in die Maschen seiner Netze. Und er brachte sie nach dem Markt und verkaufte sie. Jeden Abend fuhr er hinaus auf die See und eines Abends war das Netz so schwer, dass er es kaum in das Boot ziehen konnte. Da lachte er und sprach, sicher habe ich alle Fische gefangen, die umherschwimmen, oder es ist mir ein plumpes Seeungeheuer ins Garn gegangen, über das die Leute staunen werden, oder auch irgendein Gräuel, den sich die große Königin kommen lässt. Und indem er seine ganze Kraft anstrengte, zog er an den dicken Stricken bis gleich Linien von blauer Glasur um eine Bronzeurne, die langen Adern auf seinen Armen hervortraten. Er zog an den dünnen Stricken, der Kreis von flachen Korken kam näher und näher und schließlich erhob sich das Netz an die Oberfläche des Wassers. Aber es befand sich überhaupt kein Fisch darin und auch kein Ungetüm noch ein Gräuel, sondern nur eine kleine Seejungfrau, die in festem Schlafe lag. Ihr Haar war wie ein feuchtes, goldenes Vlies und jedes einzelne Haar wie ein Faden reinen Goldes in einem Becher von Glas. Ihr Leib war wie weißes Elfenbein und ihr Fischschwanz von Silber und Perlen. Von Silber und Perlen war ihr Fischschwanz und das grüne Seeschilf umschlang ihn. Wie Seemuscheln waren ihre Ohren und ihre Lippen waren wie Seekorallen. Die kühlen Wellen schlugen über ihre kühlen Brüste und das Salz glitzerte aus ihren Augenlidern. So schön war sie, dass der junge Fischer von Staunen erfüllt wurde, als er sie sah. Er streckte seine Hand aus, zog das Netz dicht an ihn heran und indem er sich über den Bootsrand neigte, umfasste er sie mit seinen Armen. Aber als er sie berührte, stieß sie einen Schrei aus wie eine aufgeschreckte Seemöwe. Sie erwachte, sah ihn mit ihren erschreckten, rötlich-violetten Augen an und mühte sich zu entkommen. Aber er hielt sie fest an sich gedrückt und ließ sie nicht los. Als sie nun sah, dass sie auf keine Weise von ihm loskommen konnte, da begann sie zu weinen und sprach, Ich bitte dich, lass mich gehen, denn ich bin die einzige Tochter eines Königs und mein Vater ist alt und allein. Aber der junge Fischer antwortete, Ich werde dich nur gehen lassen, wenn du mir ein Versprechen gibst. Immer wenn ich dich rufe, musst du kommen und vor mir singen, denn die Fische lieben es, dem Gesang des Meervolks zu lauschen und so werden meine Netze immer voll sein. Willst du mich auch ganz gewiss gehen lassen, wenn ich dir dies verspreche? fragte die Seejungfrau. Ganz gewiss will ich dich gehen lassen, sagte der junge Fischer. Da gab sie ihm denn das gewünschte Versprechen und beschwor es mit dem Eid des Seevolks. Und er löste sie aus seinen Armen und sie sank ins Wasser hinab und zitterte in einer seltsamen Furcht. Jeden Abend fuhr der Fischer hinaus auf die See. Er rief die Seejungfrau und sie tauchte aus dem Wasser auf und sang vor ihm. Rund um sie herum schwammen die Delfine und die wilden Möwen schwebten um ihren Kopf. Und sie sang ein wunderbares Lied. Denn sie sang vom Seevolk, das seine Herden von Höhle zu Höhle treibt und die kleinen Kälbchen auf den Schultern trägt. Von den Tritonen, die lange grüne Bärte und haarige Brüste haben und aufgedrehten Muscheln blasen, wenn der König vorbeikommt. Vom Palast des Königs, der ganz aus Meerschaum gemacht ist und ein Dach von klarem Smaragd und einen Fußboden aus glänzenden Perlen hat. Und von den Seegärten, wo die großen filigran Wedel der Koralle den ganzen Tag sich bewegen und die Fische wie silberne Vögel hindurchschnellen, wo die Meeranemonen sich an die Felsen klammern und die Ellritzen aus dem gewählten gelben Sand auftauchen. Sie sang von den großen Walfischen, die von der Nordsee herabkommen und scharfe Eiszapfen an ihren Flossen hängen haben. Von den Sirenen, die so wundervolle Dinge erzählen, dass die Kaufleute sich die Ohren mit Wachs verstopfen müssen, um sie nicht zu hören, da sie sonst ins Wasser springen und ertrinken. Von versunkenen Galeeren mit hohen Masten, auf denen erfrorene Seeleute sich in der Takelung festhalten und Makrelen die offenen Pfortenlöcher hinein- und hinausschwimmen. Von den kleinen Entenmuscheln, die so weit reisen, da sie sich an den Schiffskielen festhalten und so rings um die Welt kommen. Und von den Tintenfischen, die an den Seiten der Klippen leben und ihre langen, schwarzen Arme ausstrecken und die um sich Nacht machen können, wenn sie wollen. Sie sang vom Nautilus, der sein eigenes Boot hat, das aus einem Opal geschnitten ist und mit einem seidenen Segel gesteuert wird. Von den glücklichen Seemenschen, die auf Harfen spielen und den großen Kraken in Schlaf lullen können. Von ihren kleinen Kindern, die die glatten Meerschweine zu fassen wissen und lachend auf ihrem Rücken reiten. Von den Seejungfrauen, die in weißem Schaum liegen und ihre Arme nach den Seeleuten ausstrecken. Und von den Seelöwen mit ihren gebogenen Hauern und den Seepferden mit ihren wallenden Mähnen. Wenn sie so sangen, kamen alle Thunfischer aus der Tiefe, um ihr zu lauschen. Der junge Fischer warf sein Netz nach ihnen aus und fing sie und andere erlegte er mit einem Speer. Und wenn sein Boot wohl beladen war, dann lächelte die Seejungfrau ihm zu und versank in der Tiefe. Aber niemals kam sie ihm so nahe, dass er sie berühren konnte. Oft rief er ihr zu und bat sie darum, aber sie wollte es nicht. Und wenn er sie zu fassen suchte, dann tauchte sie ins Wasser wie ein Seehund und an diesem Tage sah er sie nicht wieder. Aber mit jedem Tag wurde der Klang ihrer Stimme süßer in seinen Ohren. So süß war ihre Stimme, dass er seine Netze und seine Geschicklichkeit vergaß und auf sein Gewerbe nicht achtete. Mit tiefroten Flossen und Augen wie Goldbuckeln kamen die Thunfische in Herden vorbei, aber er sah nicht nach ihnen. Sein Speer lag unbenutzt neben ihm und seine Körbe aus geflochtenen Weiden waren leer. Mit offenen Lippen und verstaunen matten Augen saß er müßig in seinem Boot und lauschte und lauschte, bis die Seenebel um ihn herum krochen und der wandernde Mond seine braune Gestalt mit Silber übergoß. Eines Abends aber rief er sie an und sprach, »Kleine Seejungfrau, kleine Seejungfrau, ich liebe dich. Nimm mich als Bräutigam, denn ich liebe dich.« Da schüttelte die Seejungfrau ihren Kopf. »Du hast eine menschliche Seele,« antwortete sie, »nur, wenn du deine Seele fortschicken wolltest, könnte ich dich lieben.« Und der junge Fischer sprach zu sich selbst, »Was habe ich von meiner Seele? Ich kann sie nicht sehen, ich kann sie nicht fühlen. Ich kenne sie nicht. Gewiss werde ich sie von mir fortschicken und großes Glück dafür gewinnen.« Und ein Freudenschrei brach von seinen Lippen. Er stellte sich aufrecht in seinem bemalten Bote hin und streckte seine Arme nach der Seejungfrau aus. »Ich werde meine Seele fortschicken,« rief er, »du wirst meine Braut und ich werde dein Bräutigam sein. In der Tiefe des Meeres wollen wir zusammen wohnen und alles, was du mir vorgesungen hast, sollst du mir zeigen und alles, was du wünschst, will ich tun, denn unser beider Leben soll eins sein.« Da lachte die kleine Seejungfrau vor Freude und barg ihr Gesicht in den Händen. »Aber wie soll ich meine Seele fortsenden?« fragte der junge Fischer. »Sage mir, wie ich es tun kann, und ich werde es sicherlich tun.« »Ach, ich weiß es nicht,« sagte die Seejungfrau. »Wir Seemenschen haben keine Seele.« Und sie ließ sich in die Tiefe sinken, indem sie ihn sehnsüchtig ansah. Aber am nächsten Morgen, ganz früh, bevor die Sonne eine Spanne breit über dem Hügel stand, ging der junge Fischer zu dem Hause des Priesters und klopfte dreimal an die Türe. Der Novize schaute durch das Pförtchen und als er sah, wer es war, schob er den Riegel zurück und sagte zu ihm, »Tritt ein!« Da ging der junge Fischer hinein, kniete auf den süßduftenden Binsen des Bodens nieder, wandte sich an den Priester, der in der Bibel las, und sprach zu ihm, »Vater, ich liebe eine aus dem Seevolk, und meine Seele hindert mich, mein Verlangen zu erfüllen. Sage mir, wie ich meine Seele von mir fortsenden kann, denn wahrhaftig, ich brauche sie nicht. Zu was ist mir meine Seele Nütze? Ich kann sie nicht sehen, ich kann sie nicht fühlen, ich kenne sie nicht.« Aber der Priester schlug sich an die Brust und antwortete, »Wehe, wehe! Du bist wahnsinnig! Oder du hast ein vergiftetes Kraut gegessen, denn die Seele ist das Edelste am Menschen. Sie ist uns von Gott gegeben, damit wir von ihr einen edlen Gebrauch machen sollen. Es gibt nichts Kostbareres als eine menschliche Seele, und nichts Irdisches kann mit ihr verglichen werden. Sie ist alles Gold wert, das es auf der Welt gibt, und kostbarer als die Rubinen der Könige. Darum, mein Sohn, denke nicht wieder an diese Sache, denn sie ist eine Sünde, die nicht vergeben wird. Und was die vom Seevolk angeht, sie sind verloren. Und wer sich mit ihnen abgibt, ist auch verloren. Sie sind wie die Tiere des Feldes. Sie wissen nicht, was gut oder böse ist, und für sie ist der Heiland nicht gestorben. Des jungen Fischers Augen füllten sich mit Tränen, als er die strengen Worte des Priesters hörte. Er erhob sich von den Knien und sprach zu ihm, Vater, die Faune leben im Wald und sind glücklich. Die Seemenschen sitzen auf den Klippen mit ihren Harfen von rotem Gold. Ich flehe dich an, lass mich sein, wie sie sind, denn ihre Tage sind wie die Tage der Blumen. Und meine Seele, was nützt mir meine Seele, wenn sie zwischen mir und der, die ich liebe, steht? Die Liebe des Leibes ist gemein, rief der Priester und runzelte die Stirne. Und gemein und bös sind die heidnischen Dinge, denen Gott erlaubt, über seine Welt zu wandern. Verflucht seien die Faune des Waldes und verflucht seien die Sänger der See. Ich habe sie bei der Nachtzeit gehört und sie versuchten, mich in meinen Beten zu stören. Sie klopfen ans Fenster und lachen. Sie flüstern mir ins Ohr die Meer von ihren gefährlichen Freuden. Sie haben mich mit Versuchungen gequält und wenn ich beten wollte, dann schnitten sie mir Gesichter. Sie sind verloren, sage ich dir, sie sind verloren. Für sie gibt es weder Himmel noch Hölle und weder hier noch dort werden sie Gottes Namen preisen. Vater, schrie der junge Fischer, du weißt nicht, was du sagst. Einst fing ich in meinem Netz die Tochter eines Königs. Sie ist schöner als der Morgenstern und weißer als der Mond. Für ihren Leib würde ich meine Seele geben und für ihre Liebe auf den Himmel verzichten. Sage mir, was ich von dir verlangt habe und lass mich in Frieden gehen. Hinweg, hinweg, schrie der Priester, deine Buhle ist verloren und du wirst mit ihr verloren sein. Und er gab ihm keinen Segen, sondern trieb ihn von seiner Tür. Und der junge Fischer ging hinab auf den Marktplatz und er schritt langsam und mit geneigtem Haupt, wie einer, der in Kummer ist. Aber als ihn die Kaufleute sahen, begannen sie miteinander zu flüstern und einer von ihnen trat auf ihn zu, nannte ihn bei Namen und fragte ihn, was hast du zu verkaufen? Ich will dir meine Seele verkaufen, antwortete er. Ich bitte dich, kaufe sie mir ab, denn ich bin ihrer müde. Was nützt mir meine Seele? Ich kann sie nicht sehen, ich kann sie nicht fühlen, ich kenne sie nicht. Aber die Kaufleute verspotteten ihn und sprachen, was nützt uns eines Menschen Seele? Sie ist keine beschnittene Silbermünze wert. Verkaufe uns deine Leib als Sklaven und wir werden dich in Purpur kleiden, wir werden dir einen Ring an den Finger stecken und dich zum Liebling der großen Königin machen. Aber sprich nichts von der Seele, denn die gilt uns nichts und hat keinen Wert in unserem Geschäft. Da sprach der junge Fischer zu sich selbst, wie seltsam ist das doch. Der Priester sagt mir, die Seele sei alles Gold in der Welt wert und die Kaufleute sagen, sie sei keine beschnittene Silbermünze wert und er verließ den Markt, ging hinab an das Seeufer und begann darüber nachzudenken, was er tun sollte. Gegen Mittag fiel ihm ein, wie einer seiner Genossen, ein Mehrdillsammler, ihm von einer jungen Hexe erzählt hatte, die oberhalb der Bucht in einer Höhle wohnte und sehr geschickt im Zaubern war. Und er machte sich auf und rannte, so begierig war er seine Seele loszuwerden und eine Staubwolke folgte ihm, als er durch den Ufersand lief. Aus den Linien ihrer Hand wusste die junge Hexe von seinem Kommen und sie lachte und löste ihr rotes Haar. In ihr rotes Haar eingehüllt stand sie am Eingang der Höhle und in ihrer Hand hielt sie einen Zweig von wildem Schierling der Blüte. Was willst du? Was willst du? rief sie, als er atemlos die Stufen heraufkam und sich vor ihr verneigte. Fische für der Netz, wenn der Wind widrig ist, ich habe eine kleine Rohrpfeife und wenn ich darauf blase, dann kommen die Seebarben in die Bucht geschwommen. Aber sie hat einen Preis, schöner Knabe, sie hat einen Preis. Was willst du? Einen Sturm, der Schiffe zerschlägt und Kisten mit reichen Schätzen an das Ufer spült. Ich habe mehr Stürme als der Wind sie hat, denn ich diene einem, der stärker ist als der Wind und mit einem Sieb und einem Eimer Wasser kann ich die großen Schiffe auf den Boden des Meeres versenken. Aber ich habe einen Preis, schöner Knabe, ich habe einen Preis. Was willst du? Was willst du? Ich weiß, eine Blume, die im Tal wächst, niemand kennt sie außer mir. Sie hat eine rote Blüte mit einem Stern mitten darin und ihr Saft ist wie weiße Milch. Wenn du mit dieser Blume die harten Lippen der Königin berührtest, sie würde dir folgen über die ganze Erde. Aus dem Bett des Königs würde sie sich erheben und dir über die ganze Erde folgen. Doch sie hat einen Preis, schöner Knabe, sie hat einen Preis. Was willst du? Was willst du? Ich kann eine Kröte in einem Mörser zerstampfen, einen Brei daraus machen und den Brei mit der Hand eines Toten umrühren. Spritze davon auf deinen Feind, wenn er schläft, und er wird sich in eine schwarze Natter verwandeln und seine eigene Mutter wird ihn erschlagen. Mit einem Rade kann ich den Mond vom Himmel herabziehen und in einem Kristall kann ich nenne mir deinen Wunsch und ich will ihn dir erfüllen. Aber du wirst mir einen Preis zahlen, schöner Knabe, du wirst mir einen Preis zahlen. Mein Wunsch geht nur nach einem kleinen Ding, sagte der junge Fischer. Doch war der Priester zornig auf mich und hat mich fortgejagt. Obgleich es nur ein kleines Ding ist, haben die Kaufleute mich verspottet und es mir abgeschlagen. Deshalb komme ich zu dir, wenn auch die Menschen dich böse nennen und was auch der Preis ist, ich werde ihn zahlen. Was möchtest du denn? fragte die Hexe und trat dicht an ihn heran. Ich möchte meine Seele von mir fortsenden, antwortete der junge Fischer. Die Hexe erbleichte und schauderte und verbarg ihr Gesicht in ihrem blauen Mantel. Schöner Knabe, schöner Knabe, murmelte sie, du verlangst etwas Schreckliches. Er schüttelte seine braunen Locken und lachte. Meine Seele ist mir nichts, antwortete er. Ich kann sie nicht sehen, ich kann sie nicht fühlen, ich kenne sie nicht. Was willst du mir geben, wenn ich es dir sage? fragte die Hexe und blickte mit ihren schönen Augen auf ihn hinab. Fünf Goldstücke, sagte er, und meine Netze und das Rutenhaus, in dem ich lebe, und das bemalte Boot, in dem ich segle. Nur sage mir, wie ich meine Seele loswerden kann, dann sollst du alles haben, was ich besitze. Sie lachte ihn spöttisch an und schlug ihn mit dem Schierlingszweig. Ich kann die Herbstblätter in Gold verwandeln, antwortete sie, und die bleichen Mondstrahlen kann ich zu Silber verweben, wenn ich will. Er, dem ich diene, ist reicher als alle Könige der Welt und besitzt ihre Lande. Was soll ich dir denn geben, rief er, wenn der Preis weder Gold noch Silber ist. Die Hexe glättete mit ihrer dünnen weißen Hand ihr Haar. Du musst mit mir tanzen, schöner Knabe, murmelte sie und lächelte ihn an, während sie sprach. Sonst nichts, rief der junge Fischer erstaunt und er sprang auf die Füße. Sonst nichts, antwortete sie und lächelte ihn wieder an. Dann wollen wir bei Sonnenuntergang an einer abgelegenen Stelle tanzen, sagte er, und wenn wir getanzt haben, dann sollst du mir sagen, was ich zu wissen wünsche. Sie schüttelte den Kopf. Wenn der Mond voll ist, wenn der Mond voll ist, murmelte sie. Dann spähte sie rings umher und lauschte. Ein blauer Vogel erhob sich kreischend aus seinem Nest und kreiste über den Dünen und drei gefleckte Vögel raschelten durch das dicke graue Gras und pfiffen sich zu. Es war kein anderer Laut zu hören als das Knirschen glatten Kiesel zerrieb. Da streckte sie ihre Hand aus, zog ihn nah an sich heran und legte ihre trockenen Lippen dicht an sein Ohr. Heute Abend musst du auf die Spitze des Berges kommen, flüsterte sie. Es ist Sabbat und er wird auch da sein. Der junge Fischer schrak zurück und blickte sie an. Sie aber zeigte ihre weißen Zähne und lachte. Wer ist er, von dem du sprichst? fragte er. Das ist gleichgültig, antwortete sie. Geh du heute Abend und stelle dich unter die Zweige der Haienbuche. Dort warte auf mein Kommen. Wenn ein schwarzer Hund auf dich zuläuft, dann schlage ihn mit einer Weidengärte und er wird davon laufen. Wenn eine Eule dir zuruft, gib keine Antwort. Sobald der Mond voll ist, werde ich bei dir sein und wir wollen zusammen auf dem Grase tanzen. Aber schwörst du mir auch zu, dass du mir erzählst, wie ich meine Seele von mir fortsenden kann? fragte er. Sie trat hinaus in das Sonnenlicht und durch ihr rotes Haar wählte der Wind. Ich schwöre es bei den Hufen des Ziegenbocks, gab sie zur Antwort. Du bist die Beste von allen Hexen, rief der junge Fischer, und ich will sicher heute Abend auf dem Berggipfel mit dir tanzen. Ich möchte zwar, du hättest Gold oder Silber verlangt, aber so wie dein Preis ist, sollst du ihn haben, denn er ist nur eine geringe Sache. Und er zog seine Mütze vor ihr ab, neigte tief seinen Kopf und lief von großer Freude erfüllt nach der Stadt. Die Hexe aber sah ihm nach, wie er ging, und als er aus ihrem Blick verschwunden war, kehrte sie in die Höhle zurück. Sie nahm einen Spiegel aus einem Kasten von geschnitztem Zedernholz, setzte ihn auf ein Gestell, verbrannte davor auf angezündeter Holzkohle Eisenkraut und schaute durch die Rauchwirbel. Und nach einer Weile ballte sie zornig ihre Hände. Er hätte mein sein sollen, murmelte sie. Ich bin so schön wie sie. Und am Abend, als der Mond aufgegangen war, kletterte der junge Fischer auf den Gipfel des Berges und stand unter den Zweigen der Hainbuche. Wie ein Schild von blankem Metall lag die runde See zu seinen Füßen und die Schatten der Fischerboote bewegten sich durch die kleine Bucht. Eine große Eule mit Schwefel gelben Augen rief ihn beim Namen, aber er gab keine Antwort. Ein schwarzer Hund rannte auf ihn zu und Knote. Er schlug ihn mit einer Weidengärte, bis er winselnd davonrannte. Um Mitternacht kamen die Hexen wie Fledermäuse durch die Luft geflogen. Oho, riefen sie, als sie sich auf den Boden niederließen. Da ist einer, den wir nicht kennen. Und sie schnüffelten herum, tuschelten miteinander und winkten sich zu. Als letzte kam die junge Hexe und ihr rotes Haar flatterte im Winde. Sie trug ein Kleid aus Gold Gewebe, das mit Pfauenaugen bestickt war, und eine kleine Mütze aus grünem Samt hatte sie auf ihrem Kopf. Woher kommt er? Woher kommt er? kreischten die Hexen, als sie sie sahen, aber sie lachte nur. Sie lief nach der Hainbuche, führte den Fischer an der Hand in den Mondschein und begann zu tanzen. Rundherum im Kreise wirbelten sie, und die junge Hexe sprang so hoch, dass er die roten Absätze ihrer Schuhe sehen konnte. Dann kam mitten durch ihr Tanzen das aber kein Pferd war zu sehen und er fürchtete sich. Schneller schrie die Hexe und sie schlang ihre Arme um seinen Hals und ihr Atem wehte heiß gegen sein Gesicht. Schneller schneller schrie sie und die Erde schien unter seinen Füßen zu verschwimmen. Sein Kopf verwirrte sich und eine große Angst überkam ihn, als ob irgendein böses Wesen ihn beobachtete. Schließlich bemerkte er, dass im Schatten eines Felsens eine Figur stand, die vorher nicht dargewiesen war. Es war ein Mann, der mit einem schwarz samtenen Anzug in spanischer Tracht bekleidet war. Sein Gesicht war merkwürdig bleich, aber seine Lippen glich in einer stolzen roten Blüte. Er hatte einen müden Blick und lehnte sich zurück, indem er gleichgültig mit dem Knauf seines Dolches spielte. Neben ihm auf dem Gras lagen ein Federhut und ein paar Reithandschuhe, deren Stulpen mit goldenen Schnüren besetzt und mit feinen Perlen besät waren, die seltsame Figuren bildeten. Ein kurzer schwarz gefütterter Mantel hing von seiner Schulter und seine zarten weißen Hände waren mit Ringen geschmückt. Schwere Lieder fielen über seine Augen. Der junge Fischer starrte ihn wie von einem Zauber gebannt an. Schließlich trafen sich ihre Augen und es schien ihm, wo er auch tanzte, als ob die Augen des Mannes auf ihm ruten. Er hörte die Hexe lachen, fasste sie um den Leib und wirbelte sie wie toll immer aufs Neue herum. Plötzlich bellte ein Hund im Gehölz und die Tanzenden brachen ab. Paarweise gingen sie hinauf, knieten nieder und küssten die Hand des Mannes. Während sie so taten, streifte ein leichtes Lächeln seine stolzen Lippen, wie der Flügel eines Vogels, Wasser streift und das Lachen macht. Aber es lag Verachtung darin und er ließ keinen Blick von dem jungen Fischer. Komm, lass uns anbeten, flüsterte die Hexe und führte ihn hinauf und ein großes Verlangen, ihrem Geheiß zu folgen, ergriff ihn, so dass er mit ihr ging. Aber als er dicht herankam, da schlug er, ohne zu wissen warum, ein Kreuzzeichen auf der Brust und rief den Namen Gottes an. Kaum hatte er das getan, da schrien die Hexen wie habichte auf und flogen davon und das bleiche Antlitz, das ihn angestarrt hatte, zuckte krampfhaft vor Schmerz. Der Mann ging zu dem kleinen Gehölz hinüber und pfiff. Ein spanisches Pferd mit silbernem Geschirr kam auf ihn zugelaufen. Als er in den Sattel sprang, wandte er sich um und blickte den jungen Fischer traurig an. Die junge Hexe aber mit dem roten Haar versuchte ebenfalls davon zu fliegen, doch der Fischer ergriff sie am Handgelenk und hielt sie fest. Gib mich frei, rief sie, und lass mich gehen, denn du hast den Namen genannt, der nicht genannt werden durfte und das Zeichen gemacht, das man nicht ansehen darf. Nein, antwortete er, ich werde dich nicht gehen lassen, bis du mir das Geheimnis gesagt hast. Welches Geheimnis? fragte die Hexe, die an ihm zerrte wie eine schaumbedeckten Lippen bis. Du weißt es, gab er zur Antwort. Ihre grasgrünen Augen wurden trüb vor Tränen und sie sagte zu dem Fischer, verlange alles, nur das nicht. Er lachte und hielt sie umso fester. Als sie nun sah, dass sie sich nicht frei machen konnte, flüsterte sie ihm zu. Ich bin sicher so schön wie die Töchter der See und so lieblich wie die, die in den blauen Wassern wohnen. Und sie schmiegte sich an ihn an und legte ihr Gesicht dicht an das Seine. Aber er stieß sie finster zurück und sprach, wenn du das Versprechen nicht hältst, das du mir gegeben hast, werde ich dich als schüttete sie es ist deine Seele und nicht die meine tue mit ihr wie du willst und sie nahm aus ihrem Gürtel ein kleines Messer das einen Griff aus grüner Wipernhaut hatte und gab es ihm Wozu soll es mir dienen fragte er erstaunt Sie schwieg eine Weile und ein Blick des Schreckens kam über ihr Gesicht Dann strich sie sich das Haar aus der Stirne und sagte zu ihm mit seltsamem Lächeln Was die Menschen den Schatten des Körpers nennen ist nicht der Schatten des Körpers sondern der Körper der Seele Stelle dich an das Meeresufer mit dem Rücken Mund und schneide rund um deine Füße deinen Schatten ab der der Körper deiner Seele ist Dann bitte deine Seele dich zu verlassen sie wird es tun Der junge Fischer zitterte Ist das wahr murmelte er Es ist wahr und ich wollte ich hätte es dir nicht gesagt rief sie und umschlang weinend seine Knie Er machte sich von ihr los und ließ sie in dem hohen Gras stehen Dann ging er an den Abhang des Berges steckte das Messer in seinen Gurt und begann hinab zu klettern und es gibt und himmel und hölle und das trübe reich des zwielichts das dazwischen liegt geh wohin du willst nur störe mich nicht denn meine liebste ruft nach mir und die Seele bat ihn flehentlich aber er hörte nicht auf sie sondern sprang leichtfüßig wie eine wilde Ziege von Klippe zu Klippe bis er zuletzt den ebenen Boden und die gelbe Meeresküste erreichte Ende von Der Fischer und seine Seele Teil 1